A, der U, der S, der R, der O, der F, der R, der E, der D, der R, das tut so gut. Ich weiß gar nicht, wie gut das tut. In den letzten Jahren habe ich das Gefühl gehabt, dass wir die Leute ein bisschen vergessen. Da habe ich selbst Zweifel gehabt, das ist schwarz am Glauben. Aber ich bin daheim gesessen, auf Tage lang, habe mir gedacht, wenn ich jetzt wieder auf so eine Böhne gehe, wenn ich jetzt auf die Donauinsel stehe. Tja, kennen mich die Leute überhaupt noch. Wissen sie überhaupt noch, wer ich bin? Ja, so ist es mir gegangen. Und ich stehe da von den meisten, die, die sich nicht anschauen, wie Spanien gegen Frankreich spielt. Wie viel steht es denn übrigens? Ha? 0-0. 1-0. Für wen? Für Spanien. Ah, gescheiße. Ehe super, ich bin eh großer. Es ist auch eine super Mannschaft, jetzt wird es schon fahrt. Jetzt wird es schon fahrt. Heuer brauche ich es nicht. Ich bin als Europameister immer wie anders. So einfach, dass es fair ist. Ich bin nicht mehr für die Sphäre. Verstehst? Ich bin auf der Donauinsel. Es ist auch jedes Jahr so wie ein anderer der Headliner. Heuer bin ich der Headliner. So ist das fair. Nächster ist wieder der Pilgeri dran. Der hat heuer davor gespielt auf der E3-Bühne. Nächster spielt der Pilgeri den Headliner. So wechseln wir uns dem Rad. Es ist fair, Masterbook. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe schon geglaubt, dass die Menschen gar nicht mehr wissen, wer ich eigentlich bin. Und natürlich bin ich immer ein Typ, wenn ich solche Sachen habe, die wir im Kopf haben, die wir drum rennen. Was mache ich dann als Künstler? Heuer? Dann schreibe ich ein Lied. Und genau um das Thema geht es im nächsten Lied. Pssst. Pssst. P-Sign ich mich I am the Hustle Fred, does somebody in the world still love me? I am the Hustle Fred, does somebody in the world still love me? I am the Hustle Fred, does somebody in the world still love me? I am the Hustle Fred I am the Hustle Fred, does somebody in the world still love me? I am the Hustle Fred, does somebody in the world still love me? I am the Hustle Fred, does somebody in the world still love me? I am the Hustle Fred, does somebody in the world still love me? I am the Hustle Fred, does somebody in the world still love me? I am the Hustle Fred, does somebody in the world still love me? I am the Hustle Fred, does somebody in the world still love me? Tja, go to life, wie bist du aus dem Platz? Stärkt mir, wenn Licht und Schöpfland der Karni rufen, wo sind wir. Stärkt mir, wenn Licht und Schöpfland der Karni rufen, wo sind wir. Stärkt mir, wenn Licht und Schöpfland der Karni rufen, wo sind wir. Stärkt mir, wenn Licht und Schöpfland der Karni rufen, wo sind wir. Eine Laserschöpfland, da darf ein Instrument nicht fehlen. Und mein Lichtler, unser Wolfgang Lippitz, unser Wolfgang Lippitz hat ein Instrument gebaut. Nämlich eine Laserharfe, eine Laserharfe, die darf ich euch jetzt einfach vorstellen. Yeah. Da brauche ich jetzt schon meine Handschuhe, wo habe ich sie hingeschmissen. Ja, das ist ja gefährlich, gerade aus der Laserverletzungsgefahr. Wo ist die Harfe? Geil. Sieht man schön. Ja, ja, ja. Das ist die Laserharfe, so hat sie ja schwarz am Spülen. Das ist ein Drama. Ja. Aus großem! Okay. Aus großem! Psst, du weißt! Psst! 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 Musik Musik Es ist Samstagabend und die Dinge stehen schlecht Ich bin auf der Suche nach dem weiblichen Geschlecht Am Wochenende erfüllt man, in August wird seine Not Zu viele Jäger sind der Hasen tot Da bleibt mir nur noch eine Chance Hinein ins Auto Und ab in die Probe aus mit meinem dummen Hummel Fliegelachter Autostrada Und schon bin ich da nun Musik Ich betrete voller Land den Donzeln Eingehüllt in eine Rücken wie Trallon Weil es Weil er mehr uns geht Wenn man riecht so ist wie er nicht ist Doch im Diskostadel legiert der Furchtenjahr Und der Kerl Niggel Landsmann Svinsen strammes verden und die Girls von der Hell Svinsen strammes verden und die Furchtenjahr 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 Das sind die Europäisch Und die Furchtenjahr habe ich die Reise Musik 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 Die Jungs ist ein Förder, so ein kompletter Ölgutung wird die Jungs verkehrer. Ich starte den Blieben, da hör ich den Befehl. Herbitte, Piere und blasen's, ohne Schnee. Ich sag, ein Inspektor. Wer glauben Sie, dass ich bin, in diesem Disco-Bunkern? Wo bin ich denn, Märchenbrühe? Angé! Dankeschön! Bevor wir zur letzten Nummer kommen, ich habe gleich noch gesehen, was es am Merchandise zum Kaffer gibt. Ganz was tolles, was wir haben, was wir brauchen können, wenn Sie nur noch hier fahrt. Es gibt dann noch Bücher und T-Shirts, aber das ist ganz was wichtiges. Bitteschön, der Assistent, wenn er was bringt. Wenn ihr es euch schon gedacht habt, da gibt es so fesche Securities am Donauinslfest, so fesche Burschen, mit der Bahnwesten schon her, da seid ihr es auch so fesch. Da ist das Gesicht drauf vom Ausdorfreid, da fahr alle Leute in Ausdorfreid. Gerade wenn man am Urlaub fährt, ganz wichtig, weil bei uns braucht man, glaube ich, nur zwei Bahnwesten, aber oft irgendwie in anderen Ländern ist es so üblich, dass man ein Bahnwesten braucht, wo jede Person, die was im BKW sitzt, da könnt ihr sich von mir eintekken, mit den fehlenden Bahnwesten. Da hinten bei der FÜV...